Erst verwüsteten die Orks Arzarot, dann die brennende Legion und dann kamen die Spiele-Redakteure. Aus einer Ecke Schinken-Champignon-Pizza entstanden, sind sie unter den Rassen Arzarotts nicht wirklich groß, aber auch nicht so richtig klein. Also irgendwie zwischendrin, aber alle mal besser als die Dummen tauren. Ah, seid gegrüßt, Trainee. Ein Schurke hat mir den Schlüssel zum Artikelschrank gemopst. Geh er und stell er den Kerl. Okay. Viel zu einfach, gibt kaum Erfahrung. Ja, ja. Hä? Bin ich denn hier? Du bist gestorben, aber ich kann dich sofort wieder belieben. Oh ja. Dann mach ich dir aber all deine Klamotten kaputt. Oh nö, dann geh ich lieber zurück zu meiner Reiche. Ich seh noch, wie er sich einen Schluck aus dem Bierkrug nimmt und pam, bin ich auf dem Friedhof. Ein Kaffee wär jetzt toll. Das hat aber lang genug gedauert, aber hier sind sie endlich. Artikelschrankschlüssel. Aber hey, 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 die brauch ich doch. Ja, das stelle ich mal am Ende der Schlange an, du Noob. So, Chef, hier sind die Schlüssel. Gut gemacht. Ach, verdammt. Ich habe ja alle Seiten des EverQuest 2-Exklusivartikels verloren. Dummerchen. Geh und hol er sie. Na gut. Sag nix. Und dann fielen sie über mich her und schändet mich nach allen Regeln der Kunst. Sag mal, du bist nicht auch zufällig auf der Suche nach der Exklusivseite von EverQuest 2? Nö, ich suche die heilige weiße Seite. Die was? Die heilige weiße Seite. Das heißt, wir ziehen nicht gemeinsam los? Nö. Kannst du mich dann zumindest buffen? Na gut. Na eigentlich, die erste Seite. Also, hier war ich jetzt auch noch nie. Der kleine Krieger hat seine Gruppe verloren. Er kann im Kinderparadies von Under City abgeholt werden. Und dann hat er sich einfach auf mich drauf fallen lassen und ich war Matsch. Mhm. Sag mal, was wird man eigentlich, wenn man in die hohen Spiele-Redakteurs-Level aufsteigt? Heft-Experte. Ich bin Heft-Experte. Was kann ein Heft-Experte? Ich bin Heft-Experte. Ich bin Heft-Experte. Jetzt brauche ich nur noch einen Slot im Inventar. Hey! Alter! Das war mein Kill. Seit acht Stunden warte ich auf den. Jetzt kommst du nur daher und steigst mir den nieder. Ich glaube, ich spinne. Jetzt klatscht dir. Da war kein Beifall. Los, Junge. Steh auf. Ich schlack dich grün und blau. Los. Steh schon auf. Worüber denkst du nach? Na? Hast du Angst? Hä? Komm. Komm her. Und dann hat er mich grün und blau geschlagen und gelacht und überall rum erzählt, dass ich eine schwache Wurst bin. Mhm. Sag mal, ich komme ja echt gern hier, aber mal im Ernst. Muss diese Dudelmusik sein? Junge, benutze doch einfach mal deinen Ruhestein. Wo sind diese verdammten fehlenden Seiten? Ah, hier steht's ja. Die fehlenden Artikelseiten hat kein geringerer als... Quest erfüllt. Gut gemacht, junger Redi. Geh nun hinaus in die Welt und suche deinen eigenen Weg. Tag, Chef. Und wie lautet mein nächster Auftrag? Tag, Chef. Tag, Chef. Tag, Chef. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017